Spezialkommando Tütenfutter Wenn die Polizei vor der Tür steht, muss es nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Dieses Video, gefilmt vor einer Veranda im US-Bundesstaat Illinois, begeistert User. Ein Polizist klingelt brav an der Tür. Tatsächlich dauert es eine ganze Weile, bis jemand zur Tür kommt. Die Bewohnerin öffnet besorgt. Meine Polizisten bringen jeden Einsatz zu Ende, kommentiert der Sheriff stolz auf Facebook. Notfalls stellen wir sicher, dass niemand hungert. Grandios! Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das nächste Mal bitte noch ein paar Donuts in die Tüte packen. Meine Polizisten, meine Polizisten, meine Polizisten, meine Polizisten! Nein, wir haben uns getrennt, aber wir wollen uns zu machen, dass ihr die Brüte habt. So ihr habt eine gute Nacht. Ihr seid großartig, danke. Vielen Dank.